Ich bin der Spindler Manuel, wir sind in Ried im Engreis, beim Werk Aurolds Münster. Das Betonmischofahren macht mir sehr viel Spaß, weil ich die Freiheit habe und ich bin mehr oder weniger mein eigener Herr. Ich habe einen Mercedes Vierachsmischer, top ausgestattet mit Retarda und Automatik. Ja, die MiroCam ist sehr empfehlenswert, wenn heute ein schöner Tag ist und die Sonne strahlt auf die MiroCam hin, werden die Bildschirme im Führerhaus verdunkelt, somit habe ich eine Top-Sicht eigentlich. Und wiederum, wenn heute ein schöner Tag ist oder wie es bei uns gerne ist, wir liefern einen Fließbeton in eine dunkle Halle rein, dann hält es das Ganze auf, wenn man reinfährt. Wie ich zum Lkw fahren gekommen bin, ich habe mir gleich mit 18 mit dem B-Führerschein mitgemacht, weil mein Papa eigentlich auch gesagt hat, mach mir gleich mit, das ist jetzt weiter der Beruf, wo ich ihm auch jetzt mittlerweile sehr dankbar bin, weil ich da jetzt dort hängen geblieben bin eigentlich beim Lkw fahren. Ja, am liebsten fahre ich zu privaten Baustellen, weil das Ganze ein bisschen familiärer runtergeht. Mercedes-Benz, Trucks you can trust.